Moin zusammen, meine Freunde, grüße euch zu diesem Video. Wir müssen über die Dame Ricarda Lang von den Grünen, die aktuelle Vorsitzende, sprechen und genauso ihren Vorstoß, dass sie gesagt hat, wir sollen ein temporäres Tempolimit auf den Autobahnen bekommen. Das kann man sich wieder mal nicht ausdenken, was nämlich daran für einen Rattenschwanz hängt und dass das gar nicht umsetzbar ist. Das wird natürlich wieder mal außen vor gelassen und es geht darum, grüne Ideologien, grüne Verbote, Einschränkungen und Gängelungen mündiger Bürger in diesem Land durchzuführen. So empfinde ich persönlich das. Ihr könnt eure Meinung unten reinschreiben. Ja, die Dame spricht sich nämlich hier ganz klar dafür aus, zum Beispiel Zitat, die Abhängigkeit von russischem Gas, russischem Öl und russischer Kohle hat uns massiv angreifbar gemacht. Ja, sollte man vielleicht mal darüber nachdenken, welche Politik in den letzten Jahren hier auf Landesebene beispielsweise auch von den Grünen maßgeblich mit vorangetrieben wurde. Hätte man ja anders haben können. Aber jetzt auf einmal ist es so. Und wir merken doch, dass die Grünen diese Situation meiner Meinung nach schamlos ausnutzen und versuchen, jedwede Ideologie von ihnen versuchen, irgendwie damit in Verbindung zu bringen. So ein Schätz-Oemir, der beispielsweise gesagt hat, wir sollen weniger Fleisch essen. Das wäre eins, womit man dem Putin eins auswischen kann etc. pp. Also abstruse Ideen, die hier aufkommen. Oder frieren und sonstige Sachen. Nein, das ist absolut irrational. Oder dann auch wieder das übliche Blabla, was es dann hier gibt. Es gibt sehr gute Argumente für ein Tempolimit. 130 auf Autobahn zum Beispiel, dass es auf sehr einfachem Weg Energie spart. Ist ja kein Problem, sagt jetzt allerdings jemand von der SPD. Ist ja kein Problem. Sollen sie machen. Ich hindere niemanden daran, 100, 130 auf der Autobahn zu fahren. Wenn ich aber mit 160 oder vielleicht 170 vorbeifahren möchte, dann möchte ich das auch weiterhin tun. Ganz einfach. Unser geschätzter Verkehrsminister Volker Wissi gibt es offizielle oder die offizielle Begründung an, warum so ein temporäres Tempolimit gar nicht einfach umsetzbar wäre. Wegen Schildermangel. Da muss man sich jetzt, so witzig das klingt, da muss man sich aber wirklich mal Gedanken darüber machen, wie viele Schilder man dann halt benötigen würde, wenn man diese dann aufstellt für das Tempolimit. Das ist gar nicht so ohne weiteres einfach machbar. Und genauso, überlegt doch mal der Arbeitsaufwand, der dann zustande kommt, für die Schilder, die aufgestellt werden, wenn es dann wirklich nur für drei Monate gelten soll und dann wieder abgebaut werden. Und ich kann euch ja schon jetzt prophezeien, was passieren würde, wenn die aufgestellt würden. Dann würde es heißen, nee, jetzt haben wir aber kein Geld mehr, um die ganzen Leute zu bezahlen. Ja komm, jetzt haben wir das Tempolimit eh schon, dann können wir es ja auch lassen. Ist ja nicht schlimm. Ihr habt doch die letzten drei Monate gemerkt, dass es gar nicht so schlimm ist. Also lassen wir das doch einfach. Leute, so etwas darf nie im Leben kommen. Das ist das Gleiche, wie mit dem Soli fällt mir parallel ein. Überlegt doch mal. Ja, der Soli, der ist ja auch nur temporär. Der wird ja auch bald abgeschafft. Kein Problem. Und wir wissen, wie lange wir den Schwachsinn jetzt schon haben. Und auch immer noch haben. Kannst dir nicht ausdenken. Schreibt eure Meinung unten rein. Bis zum nächsten und ciao.